Herzlich Willkommen zum Afrika für Almans Podcast, diese Woche mit Folge Nummer 22. Es geht um die Rumoren. Viel Spaß. Ja, willkommen in der Union der Kumoren, einem Inselstaat zwischen Madagaskar und Mosambik im Indischen Ozean. Bekannt als die südlichste Bastion der arabischen Welt oder auch das ehemalige Zentrum der ostafrikanischen Hanse. Also ihr seht, an klangvollen Namen soll es diese Woche nicht scheitern. Und da soll mir noch einmal einer diese kleinen Inselstaaten Afrikas unterschätzen. Bevor wir das alles aufdröseln, was soll ungefähr passieren? Wir haben die klassischen vier Kapitel. Natürlich kann ich nicht sagen, inwieweit sie genauso ausführlich werden wie zu den großen Flächenstaaten im Zentrum des afrikanischen Kontinents. Aber wie ihr auch hier in der Folge 20 zu den Kapverden gemerkt habt, wir werden hier sicherlich auch nochmal die Chance nutzen, vielleicht nochmal ein Sonderthema einzuführen. Damals hatten wir es mit den Remittances, also den Rücküberweisungen zu tun. Und diese Woche will ich ein wenig was über Swahili erzählen, das neben der Sprachfamilie auch eine historische Gesellschaft darstellt. Dazu aber am Ende in quasi Kapitel 5. Kurz noch ein paar einleitende Worte meinerseits. Ich war sehr positiv angeregt von neuer Hörerpost, die mir quasi so ein bisschen was nochmal zu Kamerun erzählt hat. Das hatte ich ja auch schon so ein bisschen angedeutet, dass wir da ja so ein bisschen vielleicht abgedriftet sind thematisch. Aber ich habe neuen Input bekommen und habe mir vorgenommen, immer wenn sich Leute jetzt an mich richten mit ehemaligen Folgen oder Anmerkungen etc., was ja wirklich wichtig ist, ja ich kann ja schlecht die alte Folge nochmal neu aufnehmen. Ich werde es dann damit so verfahren, dass ich das einfach unten noch drunter packe als Anmerkung, wenn dann interessante Informationen sind. Das gibt ja auch Leuten nochmal eine Chance zu sehen, ah ok, die haben darüber hinaus noch ein paar Themen auch präsent. Und ich glaube, das wird jedem dann auch so gerecht. Aber nicht lang geschnacken, lass uns doch direkt anfangen zu den Kumoren. Also Geografie. Wir sind, wie schon bereits erwähnt, im Indischen Ozean und ziemlich genau auf der Hälfte der Strecke zwischen Mosambik und Madagaskar. Mosambik ist ja im Süden befindlich eigentlich fast das zweitsüglichste Gebiet am Indischen Ozean. Darunter kommt eigentlich nur noch Südafrika. Und Madagaskar ist ja die vorgelagerte Insel, die große Insel, die kennt ja jeder, spätestens aus Piratenliedern, aus der Schule etc. Und ja, sie gehören wohl deswegen auch noch weiterhin zu Ostafrika, die Kumoren. Und generell ist in diesem Rahmen Ostafrika, indischer Ozean, noch einiges an Inseln zu finden. Also Mauritius, was ja auch bald im Buchstabenbereich M noch folgen wird. Wir haben die Seychellen etc. Und wie gesagt, dieser Inselstadt besteht aus mehreren Inseln, die im Kumoren-Archipel liegen. Jetzt wird es schon bereits interessant, denn es sind eigentlich vier Hauptinseln im Kumoren-Archipel. Hauptinseln deshalb, weil vor jeder Insel, das wisst ihr auch noch aus Kap Werden, gibt es immer noch mal so ein paar kleine Kleckse. Das ist ja wie beim Rhein auch, wenn ihr bei Konstant seid oder in anderen Stellen. Im Rhein sind ja auch immer mal wieder kleine Inseln, muss man jetzt nicht immer erwähnen. Aber ich sage mal, hier gibt es vier Hauptinseln, ein paar zerquetschte liegen noch dazwischen. Und nur drei davon bilden die Union der Kumoren. Also erste Aufhänger heute. Wir haben nur drei Viertel der Kumoren, die eigentlich ein eigener Staat sind. Das sind einmal große Kumoren, habe ich jetzt einfach so genannt, der indigene Name ist jetzt ein wenig unentspannter. Also die Grande Kumore, die großen Kumoren, dann haben wir Anjuan und Moheli. Die großen Kumoren sind die Hauptinsel im Nordwesten. Dort liegt auch die Hauptstadt Moroni. Und die anderen beiden sind so schräg darunter. Und ganz im Süden haben wir theoretisch noch die Insel Mayotte. Und jetzt wird es schon geografisch direkt interessant, denn diese sind Teil Frankreichs. Aber das wird von den eigentlichen Kumoren, von der Union der Kumoren, bis heute nicht so richtig anerkannt. Das seht ihr jetzt schon bereits, wenn ihr euch das Episodenbild anseht, mit dem Logo, also mit der Flagge der Kumoren. Denn dort habt ihr auf der linken Seite den Halbmond. Klar, wir haben es hier mit einem muslimischen Land zu tun, dazu später mehr. In diesem Halbmond findet ihr vier verschiedene Sterne, jeweils einer für jede Hauptinsel. Und auch rechts bei den vierfärbigen Streifen gibt es vier verschiedene Farben, die für jedes dieser vier Inseln quasi eine Farbe reserviert haben. Und da ist die Farbe Weiß beispielsweise für Mayotte eingezeichnet. Und auch daran sieht man wieder, dass dieses Gebiet oder diese Gebietsabtrennung zu Frankreich alles andere als Common Sense ist in dieser Gegend und in dem Fall in dieser Union der Kumoren. Also insgesamt ist es ein recht überschaubarer Staat. Wir haben um die 2200 Quadratkilometer und das ist ungefähr so groß wie ein bisschen mehr als zweimal Berlin. Mit 800.000 Einwohnern, Tendenz steigend, das ist eine recht stark bevölkerte und wachsende Zahl. Und wir haben auch interessanterweise einige geografische Merkmale, zum Beispiel einen ziemlich hohen Berg für so eine kleine Staatsfläche. Der höchste Berg ist Katala, 2300 Meter, also wirklich, es ist eine Ansage. Und es ist ein ehemaliger Vulkan, der auch hin und wieder mal explodiert. Beim letzten Mal hat er einen See, der sich in dessen Krater befand, also wirklich einen anständigen See, einfach mal ganz eben vaporisiert. Also ein wirklich interessantes Gebiet. Generell in diesen Kumoren gibt es einige Vulkane und das sieht man auch so topografisch ganz schön. Sie wachsen quasi auf so Anrichten. Das klingt jetzt ziemlich dämlich. Wie kann man das besser formulieren? Also es ist auf einem Plateau quasi angesiedelt, die einzelnen Inselstaaten. Und das ist erstmal gar nicht schlecht, nur macht es das natürlich schwer für Schiffe anzulegen. Denn wenn du auf einem Plateau bist, hast du natürlich wenig Tiefgang in der See. Und deswegen gibt es nur vereinzelt Stellen, wo sich größere Schiffe dann wiederfinden können. Was vielleicht auch dann später für den Tourismus relevant werden wird. Aber nochmal allgemein zu dieser Mayotte Causa. Aber bevor wir vielleicht zur Geschichte kommen, erwähnen wir das direkt am Anfang, weil das ist recht wichtig. Also diese Mayotte sind seit 1974 Teil von Frankreich. Aber immer mal wieder hat man versucht, die einzubeziehen. 2011 das letzte Mal ein Referendum abgehalten. Und diese Mayotte quasi versucht damals in die Kumoren wieder zurückzuholen. Und das ist gescheitert. Es ist offizielles französisches Territorium, also das sei dazu gesagt. Aber die muss man gesondert betrachten, weil die haben zum Beispiel, viele dieser Außenbezirke von Frankreich, haben keinen Status als Schengen-Land. Das heißt, die können nicht frei einreisen, sondern müssen nach wie vor ein Visum beantragen. Aber natürlich klar, als Gebiet Frankreichs hat das natürlich eine sehr hohe Entwicklung im Vergleich zum Rest der Kumoren. Beispielsweise die Wirtschaft ist um den Faktor 9 mal stärker und auch viele Krankenhäuser und, sag ich mal, Straßennetze sind natürlich deutlich besser. Einfach wegen der Finanzierung von Seiten der Grande Nation. Aber nur zum Verständnis, was hier so die Gemengelage ist. Ich würde sagen, wir driften einfach mal heiter weiter rein in Kapitel 2 Geschichte. Also, die Kumoren wurden relativ spät besiedelt. Also im Vergleich zu vielen anderen Ländern haben wir hier erst so ab dem Jahre 500 circa Bevölkerung. Es waren in erster Linie damals Bantu-Stämme aus Ostafrika. Und später dann auch indonesische Siedler, Araber kamen dazu, etc. Aber die Initialen waren eigentlich die Afrikaner. Und das kann man quasi auch hier schon dann festhalten. Es war vielleicht dann das erste von Afrika kolonialisierte Territorium, was ja nach heutigem Verständnis ein recht ungewöhnlicher Weg ist. Normalerweise spricht man ja von Afrika als kolonialisiertem Gebiet und hier war es dann vielleicht andersrum. Gar nicht uninteressant. Auch hier waren, wie in, boah, gefühlt jeder Afrika für einmal ins Folge fast, 1500 die ersten Europäer, portugiesische Seefahrer. Aber sie haben Grande Komore, also die größte Insel im Nordwesten mit der Hauptstadt, damals immer mal wieder gestriffen auf ihren Reisen Richtung Indischen Ozean, Richtung Indien, etc. Und wurden dann nach und nach hier sesshaft. Und später folgten dann auch zum Beispiel die Perser und gründeten zusätzliche Sultanate auf den Kumoren. Also Araber waren zwar vorher da, aber durch die Perser kamen dann auch wirkliche Sultanate, diese Strukturen quasi. Und ja, die Kumoren waren immer schon Teil der Swaheli-Kultur und wurden dominiert von arabischen und persischen Familien. Aber zum Swaheli-Teil will ich später ein bisschen was genaueres sagen. Wenn wir uns weiter die Geschichte der Kumoren als solches ansehen, dann ist das Jahr 1841 recht wichtig. Denn nach und nach wurde Frankreich immer stärker. Und ab 1841 wurde zunächst die Insel Mayotte bereits Protektorat Frankreichs. Das heißt, der Sonderweg Mayotte hat sich damals schon ein wenig abgezeichnet. Es wurde aber da auch durchaus Positives bewirkt. Also seit in Frankreichs, sie haben zum Beispiel den Sklavenhandel verboten. Und auch, naja, die Sultanate zumindest toleriert, also für Frieden dort weiter gesorgt. Aber es stand alles natürlich unter französischem Schutz. Und war deswegen quasi auch ein wenig unabhängiger. 1878, Entschuldigung, 1887, also quasi 36 Jahre später erst, kamen die anderen Inseln zum französischen Protektorat dazu. Also Moheli, Grande Kumore und Anjouan. Das heißt, damals war schon eine längere Zeit quasi der Status zwischen diesen Inseln nicht ganz klar. Und ja, auch heute, wenn ihr euch ans Intro zurückerinnert, ist es ja auch nicht ganz klar, was mit den Mayotte aus Sicht der Kumoren passieren soll. 1912, das nächste große Datum, war dann die Eingliederung der Kumoren in das Teil des Großgouverneurs von Madagaskar. Also die Franzosen haben ja immer nur bei ihren riesigen Anzahlen und unterschiedlichen Gebieten an Territorien an bestimmten Orten administrative Einheiten installiert. Und hier halt in Madagaskar, was dann quasi auch verantwortlich war für die Kumoren. Und deswegen unterstanden sie ab nun Antananarivo, der Hauptstadt Madagaskars. Trotzdem Verbot von Sklavenhandel. Das habe ich eben mal so als positiv erwähnt. Das war natürlich nur relativ, denn die Ausbeutung fand natürlich weiter statt. Plantagen wurden errichtet, große französische Plantagen von Großgrundbesitzern Frankreichs. Und hier wurde dann zu unbarmherzigen Bedingungen Kakao, Kaffee oder auch Gewürze angebaut. Und wenn überhaupt gab es dafür nur Hungerlöhne. Das sollte sich ändern mit der offiziellen Unabhängigkeit der Kumoren im Jahre 1975. Hier haben wir es mit einem interessanten Pakt zu tun zwischen zwei Männern. Nämlich dem ersten Präsidenten der Kumoren. 1975 war das Adis Abdullah. Und er wurde quasi ja begleitet vom Franzosen Bob Denard. Und dieser Bob Denard war ein französischer Söldnerchef. Ich glaube, das sind quasi die Fremdenlegionen, wenn ich mich richtig erinnere. Die hier quasi den Präsidenten Abdullah ermöglicht haben, an die Macht zu kommen. Und das ist ja eine durchaus heikle Kiste, denn die sind ja nicht gerade für Demokratieverständnis bekannt. Und so war es dann auch. Denn beide zusammen regierten diktatorisch und ausbeutend, wurden kurz gestürzt, kamen wieder. Und in einem On und Off hat sich dann die nächsten Jahre die Situation in den Kumoren leider nicht wirklich verbessert. Wir hatten es insgesamt mit fast 20 Militärkus zu tun. Der Herr Bob Denard, dieser französische Söldnerchef, wurde dann auch 1995 endlich verhaftet und dafür angeklagt. Aber ja, die ersten richtigen freien Wahlen fanden dann erst 2006 statt. Und ja, kommen wir, würde ich sagen, mit dieser Überleitung auch direkt zur Politik. Denn ich habe hier mal einfach so eine Reihe an Punkten aufgelistet. Das ist jetzt nicht ganz so der rote Faden vielleicht, aber das würde ich sagen, macht nichts. Wir gehen das einfach mal durch. Also wir haben politisch gesehen einen Islam, der sehr dominierend ist in den Kumoren. 99 Prozent der Bevölkerung von diesen 800.000 Menschen sind vom Sunnitentum geprägte Muslime, also Sunniten. Und ja, das ist natürlich erst mal kein Problem. Aber da die Kumoren ja auch einen großen Wert auf Tourismus legen wollen, schränkt es sie zumindest ein wenig ein in der Weise, wie sich Touristen frei bewegen können. Denn was ich von Seiten des Auswärtigen Amtes las, ist es, sage ich mal, Touristen nahegelegt. Strände beispielsweise nicht, gerade als Frau, sollte man meiden, dass man da nackt oder knapp bekleidet, je nach Begleitung, sich aufhält. Während des Ramadans ist es generell sehr schwierig, auch mit dem Auswärtigen Essen etc. Und das ist einfach noch natürlich ein größerer Faktor, als wenn man jetzt irgendwie Urlaub macht. Oder was heißt Urlaub? Aber wenn man jetzt mal den Iran bereist oder Pakistan oder sonstige muslimisch dominierende Länder, da gibt es natürlich weniger Tourismus, der sich jetzt auf den Strand bezieht. Bei so einem kleinen Inselstaat unterstelle ich mal, dass da die hauptsächliche Zeit dann auch im Strand oder zumindest in der Nähe des Strandes stattfindet. Und das einfach nur so als kleine Anmerkung zur politischen Situation. Es ist sehr stark dominiert. Man sieht zwar nicht so viele Kopftücher und die Interpretation des Islam ist einfach aufgrund der langen Geschichte auf den Kumoren eine sehr eigenständige. Aber trotzdem ist es noch vom Glaubenssystem, glaube ich, recht stark verankert. Dann haben wir interessanterweise bei der Politik erstmal eine islamische Bundesrepublik. Das klingt jetzt sehr deutsch. Aber es meint quasi einfach so eine gewisse Föderalität, ein Föderalismus, der da stattfindet. Nur der hat sich jetzt geändert. Denn wir hatten bis 2018 eigentlich immer den Fall, dass diese drei Inseln der Kumoren, also Grande Comore, Anjuan und Moheli, dass diese drei immer abwechselnd den Präsidenten gestellt haben. Also das muss man sich im deutschen Kontext mal vorstellen, wenn quasi jedes Jahr ein anderes Bundesland dafür verantwortlich ist, den Präsidenten zu wählen. Und dort ist der Präsident nochmal eine ganze Spur wichtiger als bei uns Frau Merkel oder generell der Regierungschef. Denn hier steht er nochmal über dem Parlament und wird unabhängig vom Parlament gewählt. Und so ist es dann gekommen, dass 2018 das erste Mal der aktuelle Präsident Aziz diese Rotationsverfahren aufgelöst hat, da er selber ein weiteres Mal an der Macht bleiben wollte. Das ist natürlich kein schönes Zeichen. Wir haben auch während der Wahl 2019 jetzt gesehen, dass viele Oppositionelle, gerade die aussichtsreichsten Kandidaten, gehindert wurden, am Wahlgang teilzunehmen. Und das ist natürlich bei so einem Land, was, ich sage, das bereits mit 20 Kuhs schon sehr viel Erfahrung hat, kein gutes Zeichen. Es gibt eine ganz große zerstückelte Landschaft an Kleinparteien, von denen sich dann immer wieder welche zusammentun. Aber so ein richtiges Repräsentieren von Minderheiten kann nicht stattfinden. Da war dieses Rotationsprinzip doch eigentlich ganz gut, denn da hat man gerade den zwei kleineren Inseln und vor allem auch Mohenny, die ja wirklich sehr wenig entwickelt sind, die Möglichkeit gegeben, auch nochmal politisch zu partizipieren. Das ist eine interessante Form von Föderalismus und ich finde es auch gar nicht schlecht für kleinere Staaten generell, wo ja keine wirklich lokalen Strukturen entstehen können. Also die NRW-Regierung beispielsweise ist ja wirklich auf Augenhöhe mit Belgien beispielsweise in vielen Belangen. Und in kleinen Staaten ist es aber nicht möglich. Da sind einfach die Strukturen nicht da und auch nicht die Relevanz für kleinere Teile von noch kleineren Staaten. Und da ist auch so ein Rotationsprinzip vielleicht gar nicht schlecht. Was haltet ihr denn davon für alle politisch Interessierten? Ihr könnt euch ja gerne mal melden, ob dieser Idee. Okay, ja, weitere politische Aspekte, ich sagte es bereits, ungefähr nur ein Prozent der Haushaltsausgaben gehen in die Gesundheit. Das ist sehr schade und zeugt natürlich auch davon, dass es noch ein wenig mangelt am Interesse für das Wohlergehen der Bevölkerung von Seiten des Staates. Wir haben auch recht niedrige Alphabetisierungsraten. Bei den Männern um die 56 Prozent, Frauen leider nur 43 Prozent. Aber dafür, was dem noch mal ein wenig entgegensteht, ist die Verbreitung von Sprachen. Also Französisch ist immer noch Business-Sprache quasi, Arabisch einfach durch die lange Zeit als islamische Nation und Komorisch. Und diese drei Sprachen sind sehr stark vertreten in dem Sinne, dass die größte Anzahl an Komoren, also an Menschen in Komoren, mindestens zwei davon fließend spricht. Und das ist ja schon mal ein gutes Zeichen, auch wenn die Schulbildung vielleicht noch ein wenig ausbaufähig ist. Aber ich glaube, bei zwei Weltsprachen und dann auch einer einheimischen Sprache zusammen, wenn man da schon zwei bis drei von drauf hat, dann ist es doch eine sehr gute Voraussetzung einfach für ein weiteres Leben. Ja, 1997 dann interessanterweise auch im Punkt zur Politik zu nennen, versuchten die beiden kleineren Inseln, also Anjuan und Moheli, die damals schon ein wenig unter den großen Komoren zu leiden hatten, versuchten sich abzuspalten und ebenfalls Französisch zu werden. Also die machten es ihren Kumpels nach. Ich muss dazu sagen, 1974 haben sich die Mayotte-Bewohner dafür entschieden, zu Frankreich zu gehören. Und dann quasi jetzt, 20 Jahre später, 1997, wollten dann die anderen beiden kleinen Inseln ebenfalls vom französischen Kuchen naschen. Und das lehnte Frankreich allerdings selbst dann ab. Und nach längerem Hotte-Hue wurden sie dann 2001 wieder eingegliedert in die Union der Komoren, zusammen mit der Grande Komore. Und dann entstand auch dieser Föderalismus, also dieser Rotationsmechanismus, dass der Präsident immer wieder kommt. Das hätte ich vielleicht dazu sagen sollen. Genau, also 2001 bis 2018 haben wir quasi diese interessante Form von Föderalismus. Jetzt, seitdem, ist es natürlich so, dass es aufgehört hat. Wir hoffen mal, dass es sich weiterentwickelt. Aber gucken wir doch vielleicht zum Abschluss der Politik nochmal so ein bisschen auf die diplomatischen Beziehungen. Wir haben, ja klar, wie ich bereits eingangs sagte, hier das südlichste Mitglied der Arabischen Liga. Und das ist natürlich in erster Linie historisch bedingt, denn seit dem 7. Jahrhundert kam immer stärker und dann später auch nicht nur arabische, sondern auch persische Siedler ins Gebiet der Komoren. Und die Tradition des Islam ist einfach sehr stark verankert hier. Und ja, es bestehen deswegen auch sehr enge Beziehungen, zum Beispiel zu Libyen oder Katar. Libyen unterstützt seit der Unabhängigkeit regelmäßig die Komoren. Und auch heute noch im Bereich der Gesundheit und Sanitärfinanzen ist es da sehr, sehr groß. Und ja, ist da einfach ein enger Partner. Katar beispielsweise unterstützt die so wichtige Fischindustrie und ist deswegen sehr, sehr wichtig vor Ort für die Entwicklung und für den Erhalt von Arbeitsplätzen. Außerdem sind die Komoren Teil der SADC, also der Entwicklungsgemeinschaft des südlichen Afrikas. Hatten wir bereits in der Botswana und in anderen Folgen schon. Die sitzen auch in Gaborone, Botswana. Das ist quasi der Hauptsitz und das sind insgesamt 16 Mitgliedstaaten, von denen der letzte, der hinzukam, jetzt die Komoren waren. Ja, und dann wollen wir abschließend in der Diplomatie vielleicht noch kurz erwähnen, dass es auch einen Skandal gab. Denn die Komoren haben im Zeitraum von 2009 bis 2016 diverse Staatsbürgerschaften verkauft an Vereinigte Arabische Emirate Bewohner. Also quasi VAE hat hier für viele Bewohner Pässe gekauft, die ausgestellt waren auf Menschen der Komoren. Mit diesem Verfahren wurden um die 100 Millionen US-Dollar generiert auf Seiten der Komoren. Man fragt sich, was jetzt genau die Araber damit wollten. Aber das ist zumindest eine interessante Kiste und die Verantwortlichen wurden dann auch später überführt. Aber ja, ungewöhnlich. Man würde meinen, dass als Bürger der VAE vielleicht der Zugang zu Europa besser wäre. Aber vielleicht wollten sie auch nach Afrika. Wer weiß. So viel dazu. Kommen wir abschließend für die Komoren noch zur Wirtschaft. Ja, es ist ein relativ armes Land, das muss man vorweg sagen. Also wir haben es mit einem Bruttoinlandsprodukt pro Einwohner kaufkraftbereinigt zu tun. Oder besser gesagt mit dem Bruttonationaleinkommen. Es ist zu tun hier mit 1570 US-Dollar. Das ist kein sehr hoher Wert. Das hat beispielsweise Guinea und Guinea-Bissau, von denen wir ja kürzlich sprachen, die auch recht prekär aktuell dastehen wirtschaftlich. Dort ist es jeweils höher, 1700, 1800. Und ja, das liegt natürlich in erster Linie auch an den unstetigen Verhältnissen politischer Natur. Die letzten 20 oder 30 Jahre seit der Unabhängigkeit. Das hat das Wachstum einfach gehemmt und das tut es wahrscheinlich immer noch. Woraus setzt sich diese Wirtschaft zusammen? In erster Linie sind es viele Exportartikel, die direkt gefertigt werden. Ich sagte es ja bereits in der Geschichte. Es gab historisch viele Kaffee-, Kakao- und Gewürzplantagen. Das ist mittlerweile nicht ganz anders. Ein weiterer Punkt, der sehr wichtig ist, ist zum Beispiel das Yang-Lyang-Öl, was hier angebaut wird. Denn das wird gerne verwendet für die Produktion von Parfümerie und weiteren ätherischen Ölen und solchen Sachen. Das ist ja quasi ein Gewürzstoff, das ist ja nicht. Es ist quasi ein Duftstoff. Und da ist die Hauptproduktion tatsächlich weltweit in den Kumoren zu finden. Ein Teil auch in Madagaskar. Und es wird allerdings leider immer noch heute besessen von in erster Linie französischen Gesellschaftern. Also von diesem Anbau profitieren die einheimischen Bevölkerungsanteile leider relativ wenig. Ein weiterer Punkt, der vielleicht hier noch zu nennen ist, ist auch die Abhängigkeit vom primären Sektor. Das heißt von der Landwirtschaft. Oder in dem Fall kann man dazu auch noch das Jagdwesen und die Fischerei zählen. Denn das sind ja alles Beschaffungen quasi primärer Nahrungsmittel. Und die beschäftigen über 80 Prozent der Bevölkerung zwar, aber tragen nur zu etwas mehr als 40 Prozent zur Gesamtwirtschaft bei. Und zeugen deswegen so von dem Problem einfach, dass man hier nicht seinen ganzen Bedarf auch decken kann. Das zeigt beispielsweise der Importbereich. Denn es werden in erster Linie auch Nahrungsmittel importiert. Das heißt, offensichtlich kann der einheimische Markt das nicht in dem Umfang decken, was die Bevölkerung eigentlich braucht. Weiterhin importiert werden zum Beispiel Erdöl- und Chemieprodukte und Maschinen. Und der größte Handelspartner beim Immund Export ist natürlich Frankreich. Und weitere wichtige Partner sind aber auch Südafrika, die Vereinigten Arabischen Emirate, wenn sie nicht gerade nur Staatspässe kaufen. Und auch die USA und Singapur. Die Industrie ist, ja, ja, das ist bereits nicht allzu weit entwickelt. Hier sind ungefähr nur vier Prozent der Bevölkerung tätig. Das liegt in erster Linie dann an kleineren Firmen, die entstehen für Seifenproduktion oder auch ätherische Öle. In Zusammenhang mit dem Liang-Liang-Öl ist das wenig überraschend. Aber das ist vielleicht ein erster Indikator, wie es weitergehen kann. Und hoffen wir, dass es in der Richtung weitere Fortschritte gibt. Die UN hat die Kumoren eingestuft als eines der least developed countries in der Welt. Das sind um die 47 Staaten, ein Großteil davon im Sub-Saharan-Afrika. Und das ist natürlich schade und das ist deswegen auch wenig überraschend, dass die Kumoren auch abhängig sind vom Ausland in vielen Punkten. Sei es durch die Finanzspritzen oder auch Entwicklungsgelder. Hier ist sehr, sehr viel Budgetanteil des Haushaltes, der erzeugt wird aus der externe Geldgeber. So, vielleicht so viel zur Wirtschaft und zur Situation in den Kumoren. Eine weitere Sache, die ich mir gedacht habe, die wir noch dazu packen können, ist die Swaheli-Gesellschaft, Kapitel 5. Also, Swaheli versteht man ja allgemein als eine Sprachfamilie. Und so gibt es auch heute eine ganze Reihe an Ländern im Osten Afrikas, die Swaheli sprechen oder Kiswaheli, verschiedene Varianten, die verbreitet sind. Und aber, was oftmals vergessen wird, ist, dass es eigentlich damals, noch vor der europäischen Kolonialzeit, hier eine wirklich florierende Anzahl an unabhängigen Städten gab, die man auch heute als Swaheli-Gesellschaft oder die Stadtstaaten der Swaheli versteht. Denn Swaheli kommt aus dem Arabischen und heißt so viel wie Küstenregion. Gut, dass ich sage, weil das trifft auch auf die Kumoren zu. Auch das Wort Komore kommt aus dem Arabischen. Denn, ja, man kann es vielleicht übersetzen mit Juzur al-Kumar, Kamar, und das heißt so viel wie Mondinseln. Das heißt, ihr seht hier auch in beiden Punkten ist das Arabische sehr wichtig gewesen. Einmal für den Namen Swaheli, aber auch für den Namen Komore oder Kamar, wo es sich herleiten lässt. Und hier war es jetzt so, dass interessanterweise historisch gewachsen verschiedene Städte an der Küste vom Osten Afrika entstanden sind, die eine ähnliche Kultur teilten. Also ich kann ja vielleicht einfach mal kurz durchgehen. Wir haben es in erster Linie mit einem 1500 Kilometer langen Küstenstreifen zu tun. Der Hauptbereich der Swaheli-Gesellschaft war quasi zwischen Mogadischu im Norden, das ist Somalia. Das ist schon kurz vor dem Knick, den quasi Ostafrika da nimmt, auf Höhe der arabischen Halbinsel. Und ab dort runter in den Süden bis zu Kilwa. Kilwa liegt auf Höhe Tansanias, kurz vor Mosambik. Und dort ist dann quasi auch nach Osten hin die Inselgruppe der Komoren zu finden. Und da war Komoren ein großer Bestandteil, sogar mit zwei unabhängigen Städten, die da von Teil dieser Swaheli-Gesellschaft waren. Also Komoren hatten die Moroni-Hafenstadt damals schon und Domoni, eine weitere Hafenstadt damals. Und ich sagte es ja bereits eingangs, topografisch ist es nicht so leicht, von hier aus Handel zu treiben. Also man muss die Stellen, die man hat, die quasi direkt tiefen Seegang erlauben für Schiffe, die anlegen, die muss man natürlich nutzen. Was waren denn diese Gemeinsamkeiten zwischen diesen ganzen Ländern? Denn in diesem Bereich liegen ja Tansania, Kenia, Uganda, Mosambik, Sanzibar, Komoren. Das sind natürlich viele, viele damals schon, ja, zumindest organisierte Gebiete. Und diese hatten nicht nur den gemeinsamen Handel zwischeneinander, sei es durch Gold, durch Elfenbein und andere Güter, sondern hatten auch eine ähnliche Kultur. Denn sie waren in vieler Weise geprägt vom Islam damals schon, in erster Linie durch Araber, aber später auch durch Perser. Und das hatte auch einen Einfluss auf ihre Kultur und Religion. Und sie hatten natürlich eine gemeinsame Handelssprache. Das war Swaheli, die sich historisch durchsetzte, die natürlich noch viel weiter zurückgeht, vor Christi Geburt schon in ersten Zügen. Aber das war quasi so diese Verbindung zwischen den Staaten. Und sie waren alle selbst unabhängig. Das heißt, sie trieben zwar Handel und waren in stetigem Kontakt durch die Schiffe, aber sie waren unabhängig. Denn keiner von ihnen hatte quasi eine ähnliche politische Einheit wie die andere. Das kam dann erst durch den Einmarsch der Portugiesen ab dem 16. Jahrhundert, die dann in jedem dieser Städte versuchten, so ein wenig top-down ihr System aufzuoktroyieren. Und ja, interessanterweise ist es so, dass das einzige Vehikel, wie man diese Städte damals verbannt, war die Straßen, die Seestraßen. Denn die normalen Straßen, das Festland, wenn man sich auch mal anguckt, wie es da ausgebaut ist, an der Küste entlang, seit von Mogadischu runter bis in die Kumochen, das war sehr unergiebig und sehr hart, da irgendwie mit Straßen und Fahrzeugen entlang zu fahren. Und da war wirklich die Verbindung zwischen diesen ganzen Stadtstaaten durch die Schiffe der beste und der gewünschteste Weg, Handel und Bevölkerung auszutauschen. Und so entstanden wirklich so kleine Metropolen, der auch ähnlicher Architektur zu eigen war und viel Austausch auch an Bevölkerung und viel reges Treiben und reger Handel. Und was noch mal deutlich interessanter wird, das Verständnis dieser Swahili-Gesellschaft hat sich auch noch mal gewandelt in den letzten 30 Jahren circa. Also bis 1990 hat man noch immer angenommen, dass dies dominiert war durch Araber. Und dass das quasi eine Hochkultur der Araber war, die sich, ja, es gab ja auch eine arabische Sklavenroute, auch im ostafrikanischen Teil wurde ja viel an Sklaven gehandelt, auch ohne europäische Beteiligung. Aber hier hat man lange angenommen, dass diese, ja, diese 600 Jahre von 900 bis 1500 der Swahili-Gesellschaft, dass die in erster Linie durch Araber initiiert worden waren, die ja emigriert sind aus Arabien Richtung südliches und östliches Afrika. Ähnlich wie auch im Maghreb. Dort haben wir ab dem 11. Jahrhundert ganz viele Araber, die quasi Nordafrika besiedelt haben und heute auch dominieren. Und so nahm man damals auch an, dass diese in diesen Bereichen übergesiedelt sind und diese nominiert haben. Aber die moderne Geschichtsschreibung und das moderne Afrika-Verständnis, die Afrika-Forschung geht davon aus, dass dies in erster Linie afrikanische Kulturen waren, die allerdings arabischen Einfluss hatten. Das heißt, die Mehrheitsbevölkerung in allen diesen Stadtstaaten war schwarzafrikanisch. Und dementsprechend kann man hier auch durchaus von ausgehen, dass sich eine interessante Handelskultur, also eine Wirtschaftskultur auch entwickelt hat, unabhängig von externen Faktoren oder zumindest initiiert durch lokale Kräfte. Nicht ganz unabhängig, wahrscheinlich hatten Araber auch alleine schon durch die Sprache und, sag ich mal, den gemeinsamen Glauben einen gewissen Einfluss da drauf. Ja, und diese Stadtstaaten hatten dann auch lange Zeit durch ihre guten Kontakte ins Landesinnere Afrikas. Dort kamen quasi die Waren an die Küste und wurden dann vertrieben und gehandelt zwischeneinander, aber auch nach Asien. So waren beispielsweise in diesen Stadtstaaten überall punktuell auch Chinesen, Inder, Perser vorhanden, die eine kleine Diaspora bildeten und diese florierenden Handelsbeziehungen dann weiterführten. Und das ist ja auch so ein Indikator, wenn dort diese Minoritäten wohnen, dass der Austausch sehr groß sein muss mit China oder dem Persischen Reich oder auch Indien. Naja, also das nochmal als kleiner Ausblick, was man alles auch in Afrika finden kann, wenn man sich ein bisschen tiefer und näher damit beschäftigt. Ich würde da auch gerne nochmal ausführlicher ein bisschen was zu machen, aber das einfach mal so als kleiner Disclaimer. Die Hanse hatte ja ähnliche Vorzüge und Gemeinsamkeiten in der Ostsee im Norden Deutschlands und deswegen dachte ich mir, passt auch diese Bezeichnung, die ostafrikanische Hanse hier ganz gut. Und gerade Kumoren war da ein Bestandteil, denn es ging bis nach Madagaskar teilweise auch rüber und der Handel wurde dann ja ins Indische Meer hineingetrieben. Und da waren die Kumoren ein super Stützpunkt und haben davon viel profitiert. Ich hoffe, ihr konntet viel mitnehmen. Wenn ihr Anmerkungen habt, ich sage das bereits immer her damit, auch zu vergangenen Folgen, ich freue mich über jeden Informationsgewinn. Wenn ihr was denkt, was wichtig ist, was man noch dazu sagen könnte, schreibt mir, ich packe es mit in die Episoden rein und ja, freue mich über jeden, der neu dazukommt und uns als Community bereichern kann. Also in diesem Sinne, macht es gut, habt ein schönes Wochenende und wir hören uns nächste Woche wieder mit der DRC, der Demokratischen Republik Kongo. Macht es gut, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.